Hallo liebe Kinder, Freunde des gepflegten Großes, willkommen in der Geisterbahn. Alles einsteigen und erschrecken bitte. Gemeinsam mit der DAS Bahn geht es auf eine ganz besondere Fahrt durch die Zingster Unterwelt. Eine Fahrt für Groß und Klein, bei der unheimliche Kreaturen und fürchterliche Gestalten ihr Unwesen treiben. Er lebt die Geschichte rund um die gutmütige Kräuterhexe Kaya und helft ihr dabei, den Zingster-Ortserklärer-Maulwurf Ben Buddle aus den Fängen des bösen Teufels zu befreien. Die Dunkelheit ist unser Zuhause. Hier haben wir die Macht. Jedes Jahr zu Halloween. Bis die Uhr schlägt Mitternacht. Eine Gruselfahrt zum Mitmachen. Voller Magie, Effekten und anschließendem Fackelumzug. Seid dabei, wenn es zu Halloween gemeinsam mit der DAS Bahn auf Gruselfahrt geht. Wenn es rasselt, knirscht und knackt, wird der Besen wieder ausgepackt. Hahaha 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 Hani issa